Hi, hier ist Migilito mit Wildkamera, nämlich genau mit zwei Modellen. Das ist hier die Compact T86, die mit 940 Nanometer Wellenlänge Infrarotbeleuchtung eigentlich eine No-Glow, eine nicht sichtbare Infrarotbeleuchtung haben soll. Aber ich sage, die kann man sehen. Und das hier ist die Garde Pro A3 beziehungsweise ein vergleichbares Modell, die Blaze Video A323 und die ist wirklich für das menschliche Auge kaum sichtbar. Jetzt ist die Frage an euch. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welches Wildkamera Modell kommt in Frage mit einem No-Glow Effekt, die wirklich für das menschliche Auge schlecht bis gar nicht sichtbar sind? Gebt mal euren Tipp an, was sind eure Empfehlungen? Welche Kamera ist genau die richtige für jemanden, der ein solches Modell gesucht?